Die Ausstellung in der Qualität, die du hier bringst, lebt insbesondere auch von dir. Das muss man einfach so sagen. Und das ist nicht ersetzbar. Also die Sachen werden ja erst lebendig, wenn sie eine Geschichte erzählen. Wenn es die Geschichte nicht mehr gibt, hat das Objekt auch einen ganz anderen Wert. Es lässt sich auch nicht alles aufheben, was es mal gegeben hat. Das ist, ich denke manchmal, wie so ein Kometenschweif. Es gibt so vorne den Kometen, da ist alles. Das ist so unsere Welt. Und dann gibt es diesen Schweif und der wird halt immer dünner. Der größte Teil geht in die Donne. Machen wir uns doch nichts vor. Natürlich ist das so. Gargarin. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020